So, ich brauch jetzt einen stabilen Namen für den. Wie machen wir? Was machen wir? Wie nennst du deinen? Medizinball. Sehr stark, sehr stark. Medizinball ist stark. Boah, das ist Wieland einfach. Junge, das ist Wieland Welte, Junge. Aus Bonn, the Fighter. Ich muss Ball schreiben mit einem L. Oder soll ich einen Mediball nennen? Ja, mach Mediball. Mediball ist gut. Digga, ich sag ehrlich, Medizinbälle haben krank abgefuckt in der Schulzeit, oder? So scheiß, Digga. Die sind einfach nur schwer und so unförmig, Digga. Es ist einfach übelst die Scheiße. Die Dinger nerven einen. Nein, nein, ich zeig dir mal ganz kurz, aber... Pass auf, ich zeig's ganz kurz im Stream. Du kennst es ja auch. Du kennst wahrscheinlich Medizinbälle. So, wenn deine Schule reich war oder so, dann hattet ihr halt so welche. So, ne? Medizinball. Ich weiß, was du sagst. Ich weiß, was herzlichen ist, das kommt. Aber, Kevin, du weißt selber, was wir für... Ich sag ehrlich, dich... Dieser Ruhe und Sohn, ja, ja. Die haben so gestunken, oder? Digga. Hier so einen. Digga, ich sag dir ehrlich, diesen ersten hab ich noch nie in meinem Leben gesehen, Digga. Den hab ich noch nie gesehen. Ja, ja, den... Aber den haben die neuen Schulen. Guck dir mal diesen Riss da oben an. Ey, zeig mal bitte nochmal den Zweiten. Den hatten wir. Digga, er, Bruder. Er war der Schlimmste. Digga, so richtig runtergerockt aus der DDR. Weißt du, ich hab DDR-Medizinball angegeben, um den zu finden. Digga. Oh mein Gott, solche Bastarde, diese Bälle. Ich schwöre. Ja, weil die so unförmig waren. Aber dann haben halt Leute so welche, so, ähm, so... Ja, was ist an Medizinbällen? Ja, Medizinbälle, so schlimm. So, deinen hatten einfach schon... Ich hab den noch nie in meinem Leben gesehen. Es hatten schon so 40 andere Generationen vorher in der Hand. Digga. Oh mein Gott, herrlich. Ey, in NRW auch. Naja, passt ja zum restlichen Style von NRW, wa? In dem Sinne, wo kommt Basti her? Wir kommen beide Berlin-Brandenburg, Bruder. Aus dem Osten. Yeah, ich bin Ossi. Gott, Alter.